Malene, du bist mein saftiger Doppelwhopper. Und damit startet Folge 10. Bill, würdest du bitte den Weg freimachen? Oh, Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht so wegtackeln, aber ihr steht halt dann und wann mal im Weg rum, ne? Okay, das war schlecht. Das war auch schlecht. Ja? War es das? Bist du dir sicher? Ich habe Angst. Ruhe, Klappe halten! Wo kommt das Schreien her? Genau, sei mal still. Ich habe schon wieder keine Kugeln, ich habe keine Pfeile. Oh, ich habe ja noch hier die Schrotflinte. Die macht große Löcher. Daneben! 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 Wo ist der Klicker? Ich sehe nichts. Ich höre nichts. Nein! Oder war ich da jetzt gerade? War ich da schon drin? Orientierung. Fehlanzeige. Nein, da war ich noch nicht drin. Was? Wo? Oh! Wir riskieren es jetzt einfach mal. No risk, no fun. Warte. Okay, er hat nichts mitbekommen. Ich kann noch da hoch. Ich will noch da hoch. Kann ich kurz da hoch gehen? Bill, bitte. Nur ein paar Minuten. Patrötchen! Vielleicht finden wir ja... Oh ja, guck mal hier. Oh, es darf ohne Ende. Peter. Moritzk. Oder was? Moritzk? War es das? Ja, das war es mit Folge 10. Ups. Es ist mir... Ich verabschiede mich mit dem Kofferraum dieses schäbigen Autos. Ton? Machst du Blödsinn?